Einmal Big Mac Menü mit Cola, Pommes und Mayo und ein Allenburger einzeln. Das wärs schon. Hallo, die Sachse. Jupp. Bei den Finger regen müsste der Scheißdauer von links wieder weg sein, oder? Ja, da ist ja Silber schon so feucht gewesen. Jaja, ne? Darüber hat sich so gefreut. Die sind schon wieder gelerbesteuer aufräumen. Der Hunde würde sagen, dass Haushaltsentwickler Städte unter meinen ersten drei Quartalen des Jahres aufräumen zu 5,5 km. Geht's erst noch zur Sellerin in Allenburger holen. Ja, was? 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 Ja, aber gut. Ja, danke. Ich hätte Roland ja noch sagen können, dass er immer schön in der Garage steht. Ich muss mir drin nicht trauen. Ja, gut. Ich habe offiziell frei. Wenn jetzt einer krank gewesen wäre oder so, dann weiß man ihn nicht gebraucht. Aber so. Hallo. Ja, ja. Danke. Dann bin ich auch froh, dass ich Schnee gesagt habe. Ich hätte morgen eine Krise gekriegt. Morgen, das reicht. Ja, ja. Ich habe gestern auch gesagt, ich will einkaufen fahren. Weihnachtsgeschenk. Ja, das wollte ich. Will ich auch. Ja, aber keine kleinen Kinder und nichts. Soll sie morgen einkaufen fahren. Und dann sind wir auf dem Nachmittag. Oder wir sehen uns nächsten Wochen. Ja. Wir haben eigentlich so. Ha. Ja.